Das ist mein erster Teil der Fallaufnahme, der mittlere ist der zweite und rechts ist der dritte Teil. Im Bereich der Hauptbeschwerde hat mir der Patient vier eigentümliche Sachen geschildert. Bei den allgemeinen Symptomen kriegte ich auch vier Eigentümlichkeiten. Bei den Träumen kriegte ich drei Träume, bei den Ängsten erhielt ich zwei. Von all diesen Sachen gibt es zwei oder vier, die etwas gemeinsam hatten, die kamen in verschiedenen Bereichen immer wieder vor. Und aus diesen Vieren, die ich an verschiedenen Stellen sah, entstand mein Zentrum, mein Fokus. Und jetzt stelle ich Fragen dazu. Woher weiß ich, dass das richtig ist? Und wenn der Patient anfängt, über diesen Fokus zu sprechen, dann fängt er an, andere Dinge in seinem Leben damit zusammenzufügen. Und wenn Leute das machen, weiß ich, ich bin auf der richtigen Spur. Ansonsten ist das, wonach ich frage, nur ein Wort für den Patienten. Wenn er einfach nur so dahin erzählt und wir keine Daten bekommen. Wenn der Patient aber selber anfängt, andere auffällige Sachen zusammenzuführen damit, dann weiß man, man ist auf der richtigen Spur. Fälle, wo wir tiefe Pathologien haben und der Patient einfach nicht spricht, was tun wir dann? In solchen Fällen ist der Fokus nicht hier, sondern ich gehe dann in die verschiedenen Bereiche seines Lebens. Zum Beispiel Träume, Interessen und Hobbys, Ängste, Tagträume, Phobien, Albträume, Begebenheiten, die tiefgreifende Auswirkungen hatten auf ihn. Und versuche dann, in den Menschen zu schauen, was sind die zwei Bereiche, wo ähnliche Dinge geschehen oder dasselbe passiert, wo ich immer und immer wieder über dasselbe stolpere. Das wird dann mein Fokus. Wenn das mal klar geworden ist, gehen wir zur aktiven Anamnese. Wenn ich 200%ig sicher bin, das ist der Bereich, der mir alles sagen wird über diesen Patienten, dann fangen wir an, danach zu fragen. Und wir halten den Patienten in diesem Bereich.